Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Kingdoms of Amalur, Reckoning und hier das DLC, die Legende vom toten Kell. Pepe ist jetzt hier noch vor dem Eingang zum dunklen Hafen. Er möchte aber jetzt zurückspringen, erst mal nach Grave Hall, weil da hat sich einiges getan. Wir haben die Meldung gekriegt. Wolltest du sowieso ablegen. Wir sollen zu Penny zurück und ich hatte es sowieso vergessen abzulegen, dann geht das in einem Aufwasch. So. Weil er hat schnell gearbeitet. Es ist vollbracht, Herr. Seht euch in Ruhe um. Ich bin sicher, ihr werdet begeistert sein. Ich habe mir übrigens erlaubt, einer Schiffbrüchigen namens Deirdre Gwyndt einen Posten als Bibliothekarin und Sprachgelehrte anzubieten. Ihr solltet in der Bibliothek mit ihr reden. Aha. Okay. Deirdre. Ein perfekter Ort, um die alten Bücher auszustellen und aufzubewahren, die ich in der Feste gefunden habe und die wir bei der Erkundung der Insel noch aufstöbern. Grave Hall könnte ein Zentrum des Lernens und der Übersetzung seltsamer alter Sprachen werden. Aha. So. Auch eine Idee. Gut. Wir haben angebaut, ja. Aber jetzt muss es auch nach oben gehen. In meinem Traum war die Feste viel höher als jetzt. Und aufgrund der Trümmer würde ich sagen, dass es früher über dem Thronsaal ein zweites Stockwerk gab. Eine Kunstgalerie. Ihr müsst mir dafür nur die folgenden Materialien bringen. Vier Bündel Strandstein, drei Bündel Amberholz, zwei Bündel Segeltuch und drei Bündel Seestahl. Haben wir. Die Bücher erwähnen den Bau eines zweiten Stockwerks, aber nicht, wozu es gedient hat. Vielleicht sollte es die Feste einfach nur größer und beeindruckender erscheinen lassen, was ich persönlich sehr gut fände. Oh. Oh. Mein Traum verrät nicht, wozu das zweite Stockwerk genutzt wurde. Ich erinnere mich an Gold und andere leuchtende Farben, aber ich kann damit nichts weiter anfangen. Ich muss es wohl einfach bauen. Vielleicht kommt dann eine Inspiration. Klingt nach Kotzprotz. Ich weiß nicht, ob die Dwerger Kunst sehr schätzen, aber in meinem Traum war das zweite Stockwerk eine Kunstgalerie. Ja, gefällt mir auch besser wie Gold und Prunk und Pracht. Du auch? Ja, klar. Ich meine, was will ich mit Gold und Prunk und Pracht? Ausgezeichnet. Ich fange sofort an. Gut. Und, gibt es noch was zu sagen? Ich habe einen Plan für das zweite Stockwerk. Es wird eine perfekte Kunstgalerie. Es könnte auch daran liegen, dass ich einige Gemälde gefunden habe und sonst nicht wüsste, wohin damit. Na gut, wegwerfen wollen wir die natürlich auch nicht, das ist klar. Auch wenn du schon ein paar Gemälde gefunden hast. So, jetzt ohne schuldhaftes Zögern verkaufen. Wollt ihr etwas kaufen? Jetzt wird es Zeit. An hier verkaufen. An hier verkaufen. Dietrich auch. Was man nie bei dir? Ja, Dietrich habe ich ja einige verbraten. Gut. Gut. Und dann sollten wir mal in die... Noch etwas Interessantes. Sollen wir da nicht reingehen, dann auch anschließend in die Bibliothek? Ja, klar. Die gucken wir uns natürlich gleich an. Okay, lebt wohl. Passt auf euch auf, Herr. Mhm. Ja. So, dann guckt mal hier, ob wir unseren Bären noch füttern können. Na, der sieht, guck mal, die armen Hühner, der fällt sich da rum. Er hat unsere Gesundheit erhöht. Ja, sehr schön. Mhm. Okay, kann ich weiter ausgebildet werden? Das ist gut, das wollte ich nämlich jetzt wissen. So, jetzt aufschreiben. 1164. Wie, was, wo? Ach so, als Leben. Er hat noch erhöht, aber das Leben ist noch nicht vollständig regeneriert seit der Erhöhung. Aber das dürfte ja egal sein. Na gut. Okay, jetzt gehen wir erst mal die Bibliothek angucken. Mhm. Aha. Sieht nett aus. Ja. Oh, hi. Hi. Das ist die. Ja. Willkommen in der Bibliothek von Greyfall. Erzähl mal was über die Bibliothek. Dank Paddy's gewissenhafter Suche haben wir schon eine hübsche Sammlung verschollener Bücher beisammen. Ich hoffe, ihr überlasst sie mir, falls ihr auf der Insel Bücher entdeckt. Ah, aber gern, wir haben ja schon jede Menge Bücher entdeckt, die wir nicht lesen können. Und wer bist du eigentlich? Ich habe schon als Kind Sprachen geliebt. Ich bin in einer Stadt mit Alpha, Menschen und sogar einem Gnom aufgewachsen. Es war also einfach, ihre Sprachen zu lernen. Die sehen niedlich aus. Ja. Mit ihren großen Augen. Ich wusste nicht, was ich ohne etwas zu lesen dort unten machen sollte. Aha. Na gut. Gebt auf euch acht. Das ist ja noch jemand hier, ne? Ja. Ich laufe einmal rundum. Die Thun müssen geleert werden. Aber die Bücher aus den Regalen können wir nicht nehmen und auch nichts reinstellen. Das ist schade. Ich würde gern ein paar Bücher abladen, muss ich gestehen. Ach, hier kann man auch... Alchemie betreiben, oder? Alchemie betreiben, ja. Ach, hier ist nichts weiter, was man machen könnte. Bücher gibt es ja reichlich. Mhm. Oh, guck mal. Ja, sieht schön aus. Schön die Decke, schön hell. Ich grüße euch. Ach ja, das ist sie ja, Adeline Kirk. Adeline ist jetzt umgezogen. Ja, wie ist jetzt hier? Ja, ja. Auch recht. Sagst du noch was? Ja, Herr? Nee. Ich dachte, wir könnten ja die Bücher... Dank Paddies gewissenhafter Suche haben wir schon eine hübsche Sammlung verschollen. Ich hoffe, ihr überlasst sie mir, falls ihr auf der Insel... Wir sehen uns. Okay. Hast du die abgelegt, oder hast du die immer noch in deiner Tasche? Nee, die habe ich in der Tasche. Na gut. Äh... Ja. Was... Noch mal gucken, ob das... 1,1,64... Ja, jetzt sind wir aufgefüllt. Jetzt will ich mal... Nee, du hast doch schon alles... ...meinen Begleiter wechseln. Es gibt nichts Schöneres, als Tierenmanieren beizubringen. Man kann es ja nur den Bären. Aber da kann man es sehen mit dem Leben. Ja, ja. Es behakt mir nicht, noch einen Begleiter zu dressieren. Wir haben doch schon so viele. Wollt ihr mehr, müsst ihr einen eurer aktuellen Begleiter freilassen. Mach mal. Ich habe genug von Bär. Wollt ihr einen großen oder einen kleinen Begleiter? Einen schönen Tag noch. Hä? Ach, muss ich ihn jetzt wieder neu ansprechen? Sieht so aus. Ja. Es gibt nichts Schöneres, als Tierenmanieren beizubringen. Ja. Zwischen euch und eurem Begleiter bestimmen, soll ich einen Begleiter für euch dressieren? Jawohl, ich hätte gerne einen... Nehmen wir einen großen oder einen kleinen Begleiter. Denkt daran, dass ich immer nur drei Begleiter halten kann. Nehmen wir einen großen. Je größer, desto besser, was? Was hättet ihr denn gern? Äh, was hatten wir noch nicht? Wir hatten noch keinen Wolf. Wollt. Wölfe sind großartige Begleiter. Und einfach zu finden. Gebt mir einen Tag, um einen aufzuspüren und zu dressieren. Gut. Der nimmt Fleisch. Gut. Einen schönen Tag noch. Fleisch haben wir ja auch relativ viel. Na gut, das brauchen wir einen ganzen Tag. Ja, ist weg. Ist weg, ne? Das ist blöd. Ja. 1164 hatten wir. Ja. Und jetzt sind wir wieder auf 1080. Also wenn man ihn entlässt, dann verliert man auch wieder die Vorteile. Hallo. Gut, das wollte ich ja wissen. Na schön, du hast ja eigentlich genug Leben. Es brauchst du ja nicht unbedingt einen Bären. Jetzt kannst du ja mal gucken, was der Wolf dir bringt. Ne? So. Hast du noch Wolfs zu sagen? Ne, du kannst ja... Ja schon, aber wie sollen wir denn... Ich bin froh, der Grave Hall fester als Kundschafter dienen zu können. Ich halte auf der Insel ohnehin bereits nach Schiffswracks Ausschau. Manchmal finde ich Schätze, manchmal Überlebende und hin und wieder auch Ärger. Soll ich mit der Bergung beginnen? Ja. Ja. Ja, fangen wir an. So geht das. Also, was findest du jetzt? Galgens End ist ein eigentümlicher Magnet für Schiffswracks. Und die Ernte dieser Katastrophen hält uns am Leben. Ihr werdet erstaunt, was ich alles finde. Seltsame Sachen manchmal. Aber das meiste davon ist verdammt nützlich. Lebensmittel, Waffen, Gold, Rüstung. Überlebende finde ich auch. Die meisten sind freundlich. Manche nicht. Haben wir auch schon festgestellt. Ich habe in den letzten Tagen einige Wracks vor der Küste entdeckt. Sagt mir Bescheid, wenn ihr welche davon einer Bergungsaktion für würdig erachtet. Das musst du machen. Da gibt es Schaluppe der Reisen, Arkane, Karak und Alpha Tricks Schiff. Okay, wir fangen mal hier mit der Arkane und Karak an, oder? Ja, von mir aus. Hoffentlich ist das nicht eines dieser Schiffe, das nur Bücher geladen hat. Wir sehen uns morgen. Seid vorsichtig. Okay, na gut, dann macht er das. Gut, das wollte man ja auch wissen, wie das läuft. Aha, also dieser Tunnel scheint nur für ihn benutzbar zu sein. Ich habe nämlich hier auf der Karte nichts von den Tunneln gesehen. Nein, nein, du sprichst mit ihm, gibt es den Auftrag und das dauert dann einen Tag. Da ist die Rüstkammer, da ist die Feste, die Bibliothek, das ist der Haupteingang und hier sind die Begleiter. Das könnte ja sein, dass man hier einmal rein und raus gehen muss. Wie? Ach so, hier mit der Bibliothek. Wegen der Bücher. Das kann schon sein. Da, jetzt hat sie auch. Ja, jetzt. Willkommen in der Bibliothek der Grapehall-Feste. Sie ist noch schöner, als ich gehofft hatte. Ich bin gerade erst angekommen und bin schon wieder ich selbst. So, siehste. Ich habe nachgedacht und finde, wir sollten unsere Sammlung erweitern und uns meine umfassenden linguistischen Fähigkeiten zunutze machen. Seit ich hier bin, habe ich schon einige in alten Sprachen verfasste Bücher gefunden. Ich vermute, auf der Insel warten noch weit mehr Bücher darauf entdeckt zu werden. Solltet ihr noch mehr solche Bücher finden, bringt sie mir. Ich werde sie mit Freuden für euch übersetzen. Aha. Ich spreche ein halbes Dutzend Sprachen und kann doppelt so viele lesen. Das Buch, das ich nicht übersetzen kann, muss erst noch erfunden werden. Ein Naturtalent, hä? Meine ersten Tage auf der Insel waren aufreibend. Also habe ich mir die Zeit damit vertrieben, die Gegend um das Lager zu erkunden. Bei einem meiner Ausflüge fand ich ein erstaunlich altes Buch, das in einer unbekannten Sprache verfasst war. Die Übersetzung dieses Buchs hat mir geholfen, nicht den Verstand zu verlieren. Wenig später fand ich ein weiteres Buch. Und dann noch eines. Mir ging es zwar immer noch lausig, aber wenigstens kam mein Verstand wieder in Gang. Wir haben auch eine Menge gefunden. Ich liebe es, Bücher zu übersetzen. Bringt einfach alle Bücher zu mir, die ihr findet. Ich bezweifle, dass ich länger als einen Tag für die Übersetzung brauche. Aber gern. Und ich hatte gerade angefangen, mich zu langweilen. Ich glaube nicht, dass ich länger als einen Tag für die Übersetzung brauche. Aha, okay, so läuft das dann auch dort. Das heißt, es braucht ihr doch immer einen Tag. Ja. Alles klar. Gebt auf euch acht. Ja, du auch auf dich. Aber ich schätze mal mit den Büchern und so, da brauchen wir uns keine Sorgen, um dich zu machen. Die werden dich schon nicht auffressen. Nee. Ist unwahrscheinlich. So, dann können wir ja wieder zurückspringen zum Eingang zum dunklen Hafen. Ich wollte nur gucken, ob sich hier was getan hat. Dürfte eigentlich nicht, ne? Weil er muss ja noch das Oberstockwerk anbauen. Wer ist hier? Ach, Priesterin Jaquina. Priesterin Jaquina. Möge Lyria euch dafür segnen, Herr, dass ihr uns aus diesem elenden Dorf gerettet habt. Ich war der Verzweiflung nahe, als mich der Ketzer begrüßte, der dort das Sagen hat. Als Patrick mich fand und mir von eurer Feste erzählte, bin ich sofort hierher aufgebrochen. Aha. Na, es füllt sich hier langsam. Ich auch wieder eine Teil. Ach, siehste, jetzt können wir uns hier auch heilen lassen. Ja, Heilung braucht man nicht. Ich verspreche euch, nach meiner heilenden Berührung vergesst ihr alle eure Sorgen. Naja, ob das so gesund ist? Was für Sorgen zu vergessen, finde ich ganz wichtig. Wenn man alle Sorgen vergisst, ne? Und wenn sie einen dann überraschen? Du meinst, er ist dann heil. Ich bin eine derartige Umgebung nicht gewohnt. Könntet ihr wohl ein Dienstmädchen einstellen? Ich musste seit meiner Kindheit kein Bett mehr selbst beziehen. Och, tja, wird Zeit, dass du mal damit wieder anfängst, oder? Ja, wird Zeit, dass du es ernst. Das wieder ist gut, also seit ihrer Kindheit. Als Kind mussten sie das noch runterziehen. Tja. Na schön, auf jeden Fall lebt sie noch und das ist okay. Aber wenn sie als Kind noch ihre Betten selber machen musste, dann kann sie es ja wieder lernen, ne? Leria möge über euch wachen. Ach gut, über dich auch, danke. Und? Nee, nee, verboten. Ich kann mich immer noch nicht hinsetzen, ist meiner. Das immer noch nicht, du warst ja schon mal drauf. Ey, wer fickt denn hier, wer ist das denn? Wer fickt denn hier? Nicht so schüchtern. Ey, wer bist du denn? Mann, es ist schön zu sehen, dass ein Reisender hier das Sagen hat. Paddy war so freundlich, mich aufzunehmen, nachdem mein Schiff gesunken war. Aber keine Sorge, ich werde mich nützlich machen. Ich kaufe und verkaufe Dinge, ohne Fragen zu stellen. Ach so einer. Gut. Ich war im Mondlager stationiert, als mich der alte Iryon beim Falschspielen erwischte. Er hat mich aus dem Lager geworfen und ich verließ Rathia mit dem nächsten Schiff. Eigentlich wollte ich nach Adessa, nicht auf diese verrückte Insel. Tja. Man muss einer sein, um einen zu erkennen. Mir gefällt, was ihr hier gemacht habt. Es ist, als hätten wir ein eigenes Lager. Ich bin als blinder Passagier hierher gekommen. Als mich der Kapitän entdeckte und an das Segel fesselte, sah es nicht gut aus. Hat mir aber vermutlich das Leben gerettet. Sonst wäre ich jetzt genauso tot wie die anderen. Tja. Tja. Das muss man haben. Kann manchmal von Vorteil sein. Was hast du denn eigentlich? Eine altfertige Halskette. Spitzelsring. Das klingt ja alles lustig. Also da kann ich überleben. Ein Gamache. Was ist Überleben? Guck doch mal, was machen die denn? Das sind wahrscheinlich Sachen mit Raffinesse. Ja, ja. Aber ziemlich niedrig. Ja, ja. Freibeuter ist besser. Von den Ansprüchen her. Oh, Skeffhautstiefel sind. Also Skeffhaut ist das Grundmaterial, so wie es aussieht. Ja, ja, das ist das komplette Set. Und Spitzelsring, macht der denn? Oh, zwei auf Raffinesse. Plus zwei auf Raffinesse Fertigkeiten. Und die altfertige Halskette? 60 Leben und zwei Lebensregenerationen. Auch gar nicht so übel. Das ist gar nicht schlecht. Ja. Sehr gut. Kappen der Lähmung, Weichkrabbelpulver, Gämmern hat er. Was sind die Auguren-Gämme für eine? Oh, er hat sogar, ey, Prismert-Dietrich. Wichtig? So, Gämme des Auguren wolltest du wissen. Plus 14% Manna. Naja, kann eine ganze Menge sein, ja. Aber das ist gut. Prismert-Dietrich haben wir nur ganz wenige gefunden. Ich glaube, ich habe noch nie einen verkauft. Und wir haben sieben Stück. Verkauft? Du meinst, gekauft. Gekauft. Okay, im Moment. Im Augenblick nicht. Danke, dass ihr vorbeiget habt. Aber nix. Glauben wir nix. Gern. Gerne bald wieder. Gibt's da oben was Neues? Warum solltest du oben was Neues geben? Teddy sagt dir mal Bescheid. Weiß mal ja nicht. Er sagt dir mal Bescheid. Gibt's ja gesehen. Hier ist das Gästezimmer. Und an der anderen Seite ist dein Zimmer. Also hier oben hat sich ja wohl nix getan, aber Patty will ja aufstocken. Da dürfte sich demnächst was tun. Haben wir ja wieder einige neue Bewohner. Nützlich. So. Ja, dann kannst du ja eigentlich... Andere Aufgabe haben wir ja nicht. Wir müssen zum dunklen Hafen. Nicht fahren. Ansonsten müssen wir nur noch auf die Rückkehr warten. Ja, hier ist auch unterwegs. Die ist auch. Das können wir irgendwann, wenn ich mal Lust habe. Ansonsten haben wir nur den dunklen Hafen. Frag mich, ich hab's gewusst. Nee. Bist du da nicht hin? Hast du Sorge, dass es gefährlich wird? Ich weiß ja nicht, was da auf mich zukommt. Ich weiß nicht, ob du da nicht dabei bist, hier so eine Art Taktik zu fahren, von wegen Verzögerungstaktik. Nein, ich will nicht da hin. Da weiß ich nicht. Bevor die anderen Leute wieder kommen. Und die, die wir schon mal umgebracht haben, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir hier da reingehen. Naja, von mir aus mach, was du willst. Hier ist aufgeräumt. Kannst du wieder von vorne anfangen. Fangen wir oben wieder an. Dann können wir alle die wieder töten, die wir schon mal getötet haben. Oh, wie spannend. Ach, guck mal, die Piratenflagge ist doch toll. Hier ist ein Schiff. Ja, was das wohl für ein Schiff ist. Das sieht doch gut aus. Das haben wir gut schübsch gemacht. Braucht man nur noch ein bisschen Mannschaft. So, hier haben wir ein paar Ziele. Ja. Dann gucken wir doch gleich mal. Vier Ziele haben wir. Ah, ja. Also auch ohne den Auftrag von, wie heißt der nochmal, Tami, 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 Tari oder was? Ja, wir haben uns überlegt, wir hätten das natürlich machen können für Tari, aber uns war das nicht gefallen. Einfach so, weil jemand das sagt, jemanden umzubringen. Volltreffer-Schaden erhöht ist nicht erhöht. Oh, das ist gar nicht so verkehrt, obwohl mir Volltreffer-Schauß natürlich deutlich lieber ist. Mir reicht der Volltreffer-Schaden eigentlich im Großen und Ganzen. Na gut, jedenfalls haben wir jetzt diesen Auftrag natürlich nicht bekommen, jetzt die Nachfahrin, die ehemalige Nachfahrin für Tari. Ja, aber ich will die doch nicht einfach umbringen. So, mir nix, dir nix, ohne wer zu wissen. Nur um seine Rache zu befriedigen, das muss er dann schon selber machen. So, wie gehe ich das jetzt an? Erstmal ein paar Kistenzettel. Wenn du es angehst, du gehst es so an, wie immer. Alles abmurksen, was ja irgendwie vor sich ist. Ja, das ist doch mal eine Idee. So, und ansonsten wirst du halt zu gehen. Am besten, wie immer, am Rande entlang, makellose, robuste Nieten, das klingt auch nicht verkehrt. Rüstung der Tilgung, was ist das? Hm, drei Fassungen. Ja, 227, schon Grundschaden. Na gut, kommen wir auch nicht weit, über 250. Ich steck's mal ein, kann ich ja bei Gelegenheit. Ja, mitnehmen kannst du es auf jeden Fall. Mache ich ja sowieso. Jeden. Also, ganz genetig. Ich steck's mal ein. Ja, 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 ich steck's sowieso das meiste gleich ein und da muss ich sowieso nochmal alles durchgucken. Wäre natürlich einfacher, wenn ich den Plunder gleich in den Plundersack stecken würde, aber... Hat seine Vorteile, wenn man das in Ruhe genauer anguckt. Nimm's. Geschenk des Meeres müssen wir angucken. Ja. Raffinesse, toll. Ja, Lebensregeneration und so. Oh, Volltrefferschaden, Blitzresistenz. Aber eins Lebensregeneration, ja, aber... Ja, der andere hat eben noch Leben, 16%. Die haben eine Menge Leben, Mana, 12%, alle Elemente, ich hatte nur 15 Blitz, nochmal 16. Hast du mal geguckt, ob du mal wieder irgendwie reparieren musst, ich guck's gerade? Oder hattest du schon mal zwischendurch repariert? Das ist vielleicht gar kein schlechter Hinweis, man sollte da doch öfter mal kontrollieren. Ja, 17 ist ganz schön runter. 17, ja. Also ist es okay. Das 21 ist okay. Aber die Schacks? Aber die Schacks, die sollte man wieder mal... Wie sieht's mit deinem... Ah, gut. Womit? Mit deinem Deutsch sah das gut aus, ja. Äh, können wir ja nochmal genauer... Du bist ja nicht bis ganz runtergegangen. Alles drei... Ja. Die benutze ich, die haben nur einen Punkt. Ich benutze die ja nur zum Meucheln eigentlich. Ich fühle mich trotzdem auch wie wohl, wenn du bis nach unten scrollst und nicht einfach sagst, oh, jetzt gehe ich wieder raus. Ist gut, ja. Böse Überraschungen sind nicht so angegangen. Was muss ich hier machen? Ja, das wirst du gleich sehen. Da muss ja irgendwas sein. Rat. Das kann man vielleicht bewegen oder irgendwas. Nee, ich kann nix. Hä? Die Hafenmauer hoch. Ja. Zerstören ihn. Gut, doch draufhauen. Aha, auf zum Nächsten. Alle anfangen ist schwer. Naja, erstmal weiß man ja nicht, was soll ich denn tun. Aber wenn nix kommt, keine Markierung. Genug. Ja. Ja. Genug. Er bewegt sich nicht mehr. Fein klingender Nacht, was die wohl machen. Genau. Wenn man das einmal gemacht hat, ist es viel einfacher, das andere zu tun. Ja, weil man weiß, was man machen muss, ist das natürlich gleich viel einfacher. So, gehen wir an Bord. Wenn's geht. Kann's aber noch nicht. Kann nicht. Gemein. Wir haben keine Fahrkarte, ja? Nee. Kannst du auch noch gar nicht freuen. Nee. Einer. Da hinten wartet noch einer. Ach, da wartet nicht nur einer. Aber sie sind freundlich. Oh. Wo? Wo? Höflich. Ja, ja. Diese edlen Teile. Wenn sie weiß sind, haben sie keine Eigenschaften. Kann man gleich wegpacken. Wann immerhin ein paar Goldstücke in den Fässern. Da sitzt einer. Grüß Gott, Herr Kapitän. Ich dachte, der lädt mich ein. Was mit ihm zu trinken. Oh nein. Ich will gleich wieder hauen. Naja. So sind wir die Kinder. Ich weiß nicht, ob er hauen wollte. Er sagt ziemlich so zögerlich irgendwo aus. Er saß da gemütlich, dann kommst du. Dann hat er wahrscheinlich gesäuft. Ist aufgestanden und ist dir entgegengegangen. Tja. Dann war er doppelt tot. Oder wie war das jetzt? Denn eigentlich war er ja schon nicht mal so richtig lebendig. Aber egal. Ja. Ja, irgendwie sind die hier nicht so tot, wie sie eigentlich sein sollten. Ne? Aha. Da vorne kommen wieder zwei neue. Ja. Aha. Da vorne kommen wieder zwei neue. Aha. Ach. Und der hat sie vornehm zurückgehalten. Ja. Heine, ich dachte, du hältst mir den Rücken frei. Hat er doch oder nicht? Naja. Ich wurde trotzdem ständig unterbrochen. Der Brief an den Erzweilen der Schuld der Akana. Das wisst ja du. Aha. Dann gucken wir doch mal. Geheimnisvolles Lesen. Ja. Da bin ich aber jetzt gespannt. Euer Gnaden. Unzweckmäßigen Größe ist sie schon vom 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 vom. Mh. Aha, die Bibliothek der Feste voller Begeisterung. Schön, ne? Gut, das haben wir ja jetzt gesehen. Raffinierte Lamellenfenster. Mhm. Hm. Hm. Ja, also ich meine... Gut, das war aber wahrscheinlich eine andere Erzweise der da gemacht. Nein, das ist ja aus der Vergangenheit. Nun, falls sie noch nicht gemerkt haben, dass man auch eine Bibliothek haben kann und eine Festung, wissen das jetzt. Oder? Mhm. Alles nehmen. Ja. Aber irgendwas habe ich gerade eingesteckt, ohne zu gucken. War das eine Waffe? Weiß ich nicht mehr. Es war nicht so schrecklich wichtig, fand ich. Prismerdäuche, glaub ich. Prismerdäuche, glaub ich. Prismerdäuche, glaub ich. Prismerdäuche waren das. Okay, die können gleich mal weg. Okay, so. Ich würde sagen, wir machen Schluss, bevor du die letzten beiden Dinger dann zusammen haust. Weil ich glaube, dann geht es weiter und man weiß, wann es dann dauert. Okay, bis dann, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 she